nice servus leute heute habe ich ein raid für euch auf customs und eigentlich war ich da unterwegs um in der nacht ein paar skews zu erschießen mit der bolt action ohne night vision für jäger und ich hatte noch die quest offen und ein paar pmc kills in den dorms und shooter born in heaven hat sich dann auch noch irgendwie angeboten nacht hin oder her aber auf jeden fall war das ein ziemlich kompletter raid mit ordentlich kills und einigen quest ich erledigen konnte und ich will nicht spoilern schaut sich an es war sehr unterhaltsam ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv aus der schauzeiten wird mich vorne vorbeischaut link und der description oder im ersten comment lasst man von oder hier auf youtube würde ich mich über ein abo freuen auch nach oben da unter video jetzt viel spaß die stunden über 10.000 hoin yuki tanking bierdo da schauen wir ob er schallert da ist könnte da sein und dann Das war's. hier muss ich killen ganz gut wir sehen wie es hier mit der dunkelheit ist mit dem schnee ist definitiv besser nur noch dunkel aber im schnee ist besser so schnell den bitcoin aus dem save set up quest ja habe ich schon vor ein paar tagen erledigt Nino ist auch grundsätzlich richtig als solospielergruppen aus dem weg zu gehen man muss die bloß bekämpfen wenn man halt wirklich muss wenn man die möglichkeit hat den aus dem weg zu gehen und sie stehen zu lassen ist es immer eine gute option mache ich auch so genau wenn du einen killst und dann wegrennen dann bleibt der rest der gruppe genau da und wartet bis du komst ach come on ich hasse es so sehr man kann hier nicht raus wollten man kann nicht rein keine Ahnung ich komme hier nicht raus geht nicht du kommst hier nicht raus trotz wollten und weiß der geil was soll denn die kacke die kacke die kacke die kacke Untertitelung des ZDF, 2020 Zwei Riecht hier irgendwie viel Shooterborn? So ist es, Michael. Okay. Herr Bronzo. So ist es, Michael. 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 So is es, Michael. So ist es, Michael. So ist es, Michael. So ist es, Michael. Vielen Dank. Komm schon. Fuckin' hell, ey. Ich brauch den nur als Ding. Ich kann da nicht reinlaufen mit der Waffe einfach so. Das geht nicht. Aber wir probieren es anders. Nicht, dass der jetzt hier schon draußen ist. Nee, ist er nicht. Aber hier in dem Fenster hockt er. Das heißt, wir könnten ihn vielleicht von draußen snipen. Ja, schnell. Nice Waren auch alle Storm-Skills, kommt mir gerade so. Ne, es war ein anderer, der die Granate geworfen hat. Snipe nicht so nice in Tarkov. Okay, es waren auf jeden Fall welche. Okay. 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 Komm, komm einfach vorgeschlichen. Ganz wichtig jetzt. Mach keinen Blödsinn. Der ist auf keinen Fall weg. Scheiße. Jawohl, Tag auf Shooter, äh, Shooterbound in Heaven, 2 für Customs. Snipen ist aber heute aber richtig on point, äh. Er hat sich halt mit deinem gebettelt, ne? Der ist ja garantiert nicht mehr hier. Er lesen ist, es wird schon. So, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen was überlesen habe, aber die Runde bis jetzt, könnte schlimmer sein. So, um, jetzt weiter geht's. Was? Ja, kurz Questcheck machen. So, vielen Dank für den Follower bekommen. Nimmst du es mit Stun-Effekt? Hier haben wir. Zwei haben wir hier. Ne, ich habe extra. Ausrufezeiten Pause-FX-Krawaii, Ronny. Kannst du dir anschauen. Auto ist nicht da, okay. Okay, wir müssen noch vier Scafs auf jeden Fall töten. Na, dass es so dunkel wird, ist echt scheiße. Aber egal, vier Scafs, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Was soll denn der Bums? Okay. Okay. Auf einmal ist hier... Okay. Hier war halt einer. Gehen andersrum. Auf einmal ist hier einiges los, ey. Wir holen uns schnell noch oben die Doctags. Wir holen uns. Oh man. Er ist auf. Ripp. Shit. Ich seh dich nicht, man. Oh, das sind einige. Ich füge gleich aufs Maul. Ich seh ihn nicht. Oh, shit. Gefährdige Nummer, die ich hier mache. Hey Mann. Gee mal. Das sieht aus wie ein Kultiste, ne? Noch mehr. Da muss ich raus. Das war sehr fast. Ja, snipen läuft gerade. Not bad. Oh. Ach Gott. Da hab ich Bock drauf, ey. Ich hab das Nightvision hier, nicht der. Ja. No, das ist offen. Let's go. Hey, hä? Nicht offen. Ja, aber Shooterbound in the Heaven in der Nacht? Habt nicht gedacht, dass ich da zwei Kills mitnehme. Und die Dormkills hab ich auch noch fertig. Richtig nice. Die Killerkohle läuft sehr gut. Und die Dormkills hab ich mitnehme. Okay. 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 So, So, Passt. Ah, wisst ihr was, Leute? Ah, hallo, YouTube. War doch, äh, war doch eine ganz gute Runde. Vielleicht wird die verwendet. Wie viele Kills habe ich gemacht? Vier auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier. Ja, und dann noch ein paar Scavs. Dann noch ein paar Scavs. Waren ein paar gute Sniper-Shots auch. Kann man nicht meckern. Dom-Kill fertig. Zweifel Shooter Born in Heaven. Habe ich Boom Cash, ja. Sag dir Vicky, Boom Cash. Ähm. Und I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again See you again Vielen Dank.